Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In dieser speziellen Podcast-Reihe machen wir einen Jahresrückblick. Je nachdem, wann du diesen Podcast konsumierst, sind wir wirklich in der Mitte des Jahres angekommen. Dann macht es natürlich Sinn, dass wir uns das Jahr bisher in der Kryptowelt anschauen. Was ist passiert? Wo stehen wir im Zyklus? Was wird noch passieren? Und wie solltest du dich aufstellen? Diese Fragen versuchen wir in dieser Podcast-Reihe zu beantworten. Hauptsächlich, weil ich in den Ferien bin. Das heisst, ich habe diese Podcasts knapp eine Woche vor dem Erscheinungsdatum aufgenommen. Und mein Ziel ist es wirklich, dich selbst in den Ferien mit gutem Podcast-Content durch den Tag zu bringen. Bevor ich loslege, ganz in eigener Sache. Die Kurse auf Blue Alpine sind diese Woche aufgrund von Urlaubsabwesenheit auf 199 Euro reduziert. Du kannst also einen Kurs zum Thema NFTs oder DeFi oder Trading buchen zu einem Preis von 199 Euro, wenn du also auf der Kippe gewesen bist. Diese Woche ist dein Zeitpunkt. Fangen wir heute und jetzt aber erstmal an mit dem Thema Airdrops. Ich hatte in der letzten Folge, als wir über Meme-Coins gesprochen haben, bereits das Thema Airdrops angekündet und so ein bisschen auch gesagt, dass Meme-Coins einen gewissen Zeitgeist getroffen haben. Zum einen sicherlich den Zeitgeist, dass man sich selber nicht ernst nimmt, dass man frustriert ist mit dem allgemeinen Finanzsystem, dass es früher viel einfacher gewesen ist, gewisse Investments zu tätigen oder auch ein Haus zu kaufen, aber dass aufgrund der Verteuerung der Inflation viele, vor allem jugendliche Investoren, so ein bisschen den Traum vom Haus zum Beispiel aufgeben mussten. Das ist jetzt ein sehr, sehr spezielles Phänomen, ich sage mal in Europa, aber auch in den USA. Das heisst, diese Memes haben gewisse Gesellschaftsthemen getroffen, sei es durch die Politik, sei es durch die Finanzwelt und so weiter und so fort. Wir haben da auch über die politischen Meme-Coins gesprochen, werden in den kommenden Tagen auch noch über die Politisierung der Kryptowelt sprechen. Und was ich in der letzten Folge noch angetönt hatte, ist, dass die Meme-Coins auch einen anderen Zeitgeist getroffen haben, nämlich spezifisch den Zeitgeist in der Kryptowelt, nämlich den Frust mit Airdrops. Fangen wir vielleicht erstmal mit Airdrops an. Was sind Airdrops? Airdrops sind im klassischen Sinne Tokens, die verteilt werden für gewisse Aktivität oder für Halter von anderen Tokens. Das heisst, es ist eine Art Marketing-Anreizsystem für das neue Projekt, Nutzer auf die Plattform zu bekommen, indem man ihnen eben kostenlos diese Tokens zur Verfügung stellt. Das kann man relativ einfach machen, indem man einen sogenannten Snapshot, also eine momentan Aufnahme der Blockchain macht, dabei überprüft, welche Adressen haben zum Beispiel gewisse Voraussetzungen erfüllt oder welche Adressen halten CoinXY und je nachdem verteilt man diese Tokens dann genau an diese Adressen. Wir haben einige sehr grosse Airdrops in der Vergangenheit erlebt, sei es zum Beispiel der Uniswap Airdrop, der ursprünglich knapp 1.000 US-Dollar wert gewesen ist, dann zeitweise sogar bis zu 15.000 US-Dollar wert gewesen ist. Wir haben den Optimism und den Arbitrum Airdrop gesehen, die zeitweise bis zu 70.000, 80.000 US-Dollar wert gewesen sind. Den ENS Airdrop mit knapp 20.000 US-Dollar hat natürlich die Leute dazu gebracht, dass Airdrops so ein bisschen eine spannende alternative Investmentmöglichkeit gewesen sind. Also rein durch Zeitaufwand und durch den Aufwand Aktivität zu zeigen, konnte man Airdrops erhalten und das war dann, wie gesagt, oder ist nach wie vor ein sehr, sehr profitables Geschäft. Jetzt, was in den letzten Monaten passiert ist, ist, dass die ganz klassischen, grossen Airdrop-Projekte Airdrops angekündigt haben. Also sei es ein Warmhole, sei es ein Starknet, das sind so zwei oder drei der ganz grossen Projekte, die wir auch erwartet haben, übrigens auch in unserer Airdrop One Community, bei welcher viele von diesen Airdrops profitieren konnten, übrigens trotz der Kontroverse. Aber es gab natürlich dadurch, dass viel mehr Leute das Thema Airdrops auf dem Schirm hatten, dass auch viel mehr Leute das Airdrop-Thema aktiv gefarmt haben, also dass sie wirklich Aktivaktivität gezeigt haben. Das heisst, mehr Leute sind aktiv auf Airdrops und das führt dann, ob man will oder nicht, natürlich auch zu einer zusätzlichen Kommerzialisierung des Airdrops. Was meine ich damit? Ich habe es vorhin, beziehungsweise in der letzten Folge in den Meme-Coins ein bisschen angetönt, die Kommerzialisierung spezifisch bezüglich der Token-Investments von externen Investoren. Denn was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass der Krypto-Hype schon über 7, 8 Jahre alt ist. Also der Kleinanleger kennt Krypto bereits seit 2017. Manche erfolgreicher, manche weniger erfolgreich, manche mit grossem Investment, manche mit gar keinem Investment. Aber der Fakt ist, wir haben bereits zwei relativ grosse Zyklen erlebt, bei welchem der Kleinanleger davon profitieren konnte. Das bedeutet eben aber auch, dass der klassische Risikokapitalgeber nun auch in diese Diskussion eingemischt wird und dass der Risikokapitalgeber oder Venture Capitalist eben auch ein gewisses Interesse daran hat, von diesen Airdrops beziehungsweise diesen Investitionen zu profitieren. Das heisst, wir haben eine grössere Kommerzialisierung des Airdrops, wir haben mehr Leute somit natürlich innerhalb des Airdrop-Ökosystems und man hat dann eben auch mehr Frust, dass man etwas nicht erhalten hat. Denn wenn wir uns die letzten grösseren Airdrops anschauen, gab es eigentlich immer wieder laute Stimmen bezüglich der Distribution des Airdrops, bezüglich der Menge des Airdrops, bezüglich der Höhe, bezüglich des Preises. Es gab immer eine frustrierte Partei, die schlussendlich nicht happy gewesen ist mit dem Airdrop. Und das kommt einfach auch daher, dass viel mehr Leute in der Industrie aktiv gewesen sind. Das heisst, wenn man dann diesen Frust verspürt, macht man eben genau das, was wir in der letzten Podcast-Folge angetönt hatten, nämlich man flüchtet in eine Alternative. Und diese Alternative, die könnten eben die Meme-Coins gewesen sein. Und das erklärt auch so ein bisschen, wieso die Leute in Meme-Coins investiert haben. Teilweise natürlich sehr, sehr gute Gewinne gemacht haben, aber eben auch teilweise sehr viel Geld verloren haben. Das führt dann natürlich auch dazu, dass die klassischen Tokenomics der Airdrops auch nicht gut gewesen sind. Also der Frust war nicht nur, dass man zum Beispiel eine Distribution nicht erhalten hat oder dass die Höhe des Airdrops nicht gut gewesen ist, sondern eben auch die Tokenomics. Die Tokenomics bedeutet die Token-Verteilung. Das heisst, wenn man so ein bisschen eine Vogelperspektive auf das Token wirft, wer hat wie viel der Tokens erhalten oder wer wird wie viel nach einem Airdrop erhalten. Und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass die Airdrop-Tokenomics eben nicht gut gewesen sind und vor allem die neue Diskussion, die wir vor ein paar Wochen hatten, nämlich die FDV-Diskussion, entfacht. FDV steht für Fully Diluted Valuation und da gab es so ein bisschen diesen Ausdruck Low Float High FDV, also eine geringe Anzahl von Tokens, die auf den Markt kommen. Das kann sein bis zu 6-7% der gesamten Anzahl der Tokens, die es überhaupt je geben wird, aber gleichzeitig eine Bewertung in Milliardenhöhe. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass bei jedem sogenannten Token-Unlock, das heisst, wenn dann, sagen wir, die Token-Anzahl von 6% auf 8% steigt, diese zusätzlichen 2% eben auch dazu führen, dass der Token-Preis weiter korrigiert. Und weil man natürlich genau in dieser Situation ist, dass man dann diesen Token erhalten hat, der als Low Float resultiert ist, dass man selbst da noch weiter einen Wert verliert. Das heisst, die Tokens, die ursprünglich sehr, sehr stark gehypt worden sind, sind dann auch viel weniger wert, selbst wenn man sie hält. Also selbst der klassische Buy-and-Hold-Ansatz hat bei diesen Tokens meistens eben nicht viel gebracht, weil man eben genau in dieser Low Float High FDV Diskussion reingerutscht ist. Da haben die klassischen Kleinanleger dann aber auch realisiert, hey, diese Tokenomics, die sind nicht wirklich fair und da muss man etwas ändern. Aber wie sind wir überhaupt da gelandet? Ich habe es schon ein bisschen angetönt, die Kommerzialisierung oder ich sage mal in Anführungsstrichen Risikokapitalisierung von Krypto bedeutet, dass der Kryptomarkt eine gewisse Reife erreicht und somit natürlich auch ein Interesse sich entwickelt, vonseiten Risikokapitalgeber den Markt zu betreten. Das war 2017 noch nicht so stark, das war 2021 schon stärker und mittlerweile ist der klassische Risikokapitalgeber, der normalerweise in ein Silicon Valley Startup investiert, bereits jetzt auch an Kryptos interessiert. Der Ausdruck, who's gonna hold my bag, wer hält denn schlussendlich meinen Rucksack oder quasi mein Portfolio oder Dump on Retail, also auf den Kleinanleger abwälzen. Diese Ausdrücke, die hört man relativ oft auch auf Social Media und die kommen eben daher, dass man davon ausgeht, dass der grössere Wal, der schon viel, viel günstiger einkaufen konnte, dann schlussendlich das Kapital oder die Tokens spezifisch auf den Kleinanleger abwälzen wird. Das heisst, wir haben auf der einen Seite die Reife im Markt, die sich verändert hat bezüglich dieser Kommerzialisierung oder Risikokapitalisierung von Krypto. Die Investorenseite ist um einiges reifer geworden als auch schon und gleichzeitig haben wir aber eben genau durch diese zwei Artikel bezüglich Low Float, High FDV auch die Investmentseite, die an Reife gewonnen hat. Also die Investmentseite wird reifer, die Investorenseite wird reifer, also der klassische Risikokapitalgeber geht ganz anders vor oder kommt überhaupt in den Markt und der klassische Kleinanleger ist sich dem bewusst, dass der Markt eine ganz andere Dynamik entwickelt hat. Das führt dann natürlich auch wieder zu Frust und dieser Frust, das haben wir bereits aufgezeigt, der führt dann eben genau zu diesen Meme-Coin-Hypes, die wir erlebt haben. Aber die Meme-Coins haben uns gleichzeitig etwas ganz Interessantes aufgezeigt, nämlich fairere Tokenomics. Tokenomics, bei welchem ein grosser Teil, und ich spreche hier teilweise von 90, 95, 99% aller Tokens, die bereits im Umlauf sind, also bereits eine High Float haben und gleichzeitig dann natürlich eine Low FDV, also eine kleinere Bewertung. Das heisst, es gibt mehr Tokens, es gibt eine kleinere Bewertung und es gibt somit auch die Möglichkeit, viel fairer an gewisse Tokens ranzukommen, um die Chancen von dem Tokenanstieg dann entsprechend mitzumachen. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, es braucht den klassischen Risikokapitalgeber. Wir dürfen den VC in diesem Sinne nicht verdammen, den braucht es natürlich für das Ökosystem. Aber was natürlich ganz, ganz interessant ist, dass 2017 dachte man, hey, wir können ja genau dieses Modell umgehen, nämlich wir können einen sogenannten ICO starten. Der ICO, das steht für Initial Coin Offering und bedeutet so etwas wie ein Börsengang, aber eben nicht an einer Börse, sondern quasi an den öffentlichen Märkten, bei welchem jeder partizipieren kann, also den öffentlichen Kryptomärkten. Also das klassische ICO-Modell wollte eigentlich das VC, Silicon Valley Startup-Modell umgehen, weil das klassische Modell ist, eine kleine Gruppe von Investoren investiert in einen Gründer oder in eine Firma. Der baut dann die Firma auf, sagen wir in Millionen und Milliarden Höhe. Der braucht dann weiteres Kapital, geht dann an die öffentlichen Märkte oder eben spezifisch an die Börsen durch einen sogenannten IPO, also Initial Public Offering und bietet dann seine Aktien den Aktionären potenziell an. Und dazwischen verdient sich der Risikokapitalgeber eine goldene Nase, weil er kann seine Shares oder seine Aktienanteile, wie er für viel günstiger eingekauft hat, für viel teurer wieder verkaufen. Das heisst, wir haben mit dem ICO-Modell genau diese Umstellung erlebt. Wie wäre es, wenn der klassische Investment-Suchende, also der Unternehmer in diesem Zusammenhang, mit einer guten Idee und einem Unternehmen an den Markt geht und sagt, hey, das ist meine Idee, ich brauche allerdings 5 Millionen US-Dollar. Und dann kommt der öffentliche Markt oder der Kleinanleger und sagt, hier, nimm einen Teil von meinem Portfolio oder meinem Ersparten und setzt das zu diesen 5 Millionen zusammen. Das Problem war allerdings, dass 2017 so viel Kapital reingeflossen ist, dass gleichzeitig extrem viel Scammer in diesen Markt eingetreten sind und somit natürlich sehr, sehr viel Geld verprasst und verschwendet wurde. Regulatorisch gab es dabei kaum Konsequenzen. Ja, es gab vereinzelte Situationen, vor allem bei den ganz grossen Investments, bei welchen man eine Strafe bezahlen musste oder sogar ins Gefängnis gewandert ist. Aber ein ganz, ganz grosser Teil dieser ICO-Investments ist nach wie vor verloren und hat einfach das Geld verprasst. So kann man es wirklich ausdrucken. Das heisst, wir haben jetzt aber 2024 eine ganz andere Situation, denn das Regelwerk um einen ICO oder um einen Token-Launch, das haben wir mittlerweile. Dieses Regelwerk, sei es das MICA-Regelwerk, sei es die Token-Unterscheidung in der Schweiz durch die FINMA oder sei es die SEC, die zwar immer noch sehr stark gegen Krypto schiesst und somit natürlich auch ein gewisses Narrativ für die eigene Perspektive aufbaut. Das heisst aber, zumindest in Europa haben wir ein Regelwerk, das für uns funktioniert und das vor allem auch potenziell für ein ICO funktionieren könnte. Das bedeutet jetzt natürlich noch nicht, dass das Regelwerk komplett zu Ende gedacht ist, sondern dass es noch weitere Schritte geben könnte. Aber die klassische Wilder-Westen-Symbolik, die ist jetzt nicht mehr so stark wie 2017. Das heisst, die Idee des Fair-Launches, also ein Token-Launch, bei welchem ein grosser Teil der Tokens bereits herausgegeben wird, bei einer kleineren Bewertung, die könnte und wird sehr wahrscheinlich jetzt wieder zurückkommen. Das heisst, die Tokenomics-Modelle der Meme-Coins, gekoppelt mit den Geschäftsmodellen einer klassischen Unternehmung, könnten wirklich dazu führen, dass wir neue Narrative, neue Unternehmen und neue Finanzierungsmöglichkeiten in der Kryptowelt erleben werden. Also wie gesagt, der Investor wird gescheiter und reifer, aber die Investmentseite wird auch gescheiter und reifer. Und diese Kombination, weil der gesamte Markt, wie gesagt, an Reife zunimmt, führt dann schlussendlich dazu, dass der allgemeine Markt und wir als Kleinanleger natürlich auch davon profitieren werden. Allerdings kann das natürlich auch dazu führen, dass die Volatilität nicht mehr so stark ist wie 2017. Das heisst, wenn der Markt durch diese Reife durchgeht, bedeutet das schlussendlich eben auch, dass der Markt eben eine gewisse Ruhe auch ausstrahlen sollte, weil man natürlich, wie gesagt, auch mehr neues Kapital und neues Investment aufnehmen möchte. Aber schlussendlich kann das natürlich den klassischen D-Gen, also den Risiko-Investor, den Gambler, den Casino-Geher entsprechend abschrecken. Aber das ist der natürliche Zyklus von jeglichen Märkten und jeglichen Industrien. Das heisst, es wird auch in Krypto passieren, auch wenn ich nicht glaube, dass es in dem kommenden Jahr passieren wird. Es wird in den kommenden Jahren passieren, wird aber nach wie vor auch bedeuten, dass man sehr, sehr viel Möglichkeit für spannende Investments haben kann. Also stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit, in Apple, in Amazon, in Facebook, in der ersten Investitionsrunde, also da mit zu investieren. Genau diese Möglichkeiten, vermute ich, werden in der Kryptowelt in den kommenden Tagen entstehen. Und zwar nicht von Technologiefirmen, sondern eben von Kryptofirmen, die mit einem gescheiten Geschäftsmodell etwas sehr, sehr Spannendes aufbauen. Das heisst, selbst wenn die klassische Volatilität bei den Altcoins zurückgeht, weil wir eben diese Zyklen nicht mehr durchmachen, bedeutet das trotzdem, dass wir durch die Möglichkeit eines neuen Tokenomics-Modells, durch die Möglichkeit von Fair Launches und durch das Regelwerk, das jetzt bereits existiert, könnten wir viel, viel spannendere Investments tätigen. Also die Zukunft ist sehr, sehr spannend. Deshalb auch unbedingt in diesem Podcast abonniert bleiben. Diese Podcast-Reihe wird jetzt natürlich noch weitergehen. Wir werden in der nächsten Folge nämlich über neue Narrative sprechen. Wir sind, wie gesagt, etwa in der Mitte des Jahres angekommen. Wo stehen wir im Zyklus? Welche Narrative kommen auf uns zu? Wir haben jetzt ein sehr, sehr wichtiges Thema abgehandelt. Und wie gesagt, wenn dir diese Themen am Herzen liegen, beziehungsweise du dich weiterbilden möchtest in diesen Bereichen, kannst du auf bluealpine.ca slash Kurse dir die Kurse anschauen. Die sind diese Woche exklusiv zu einem reduzierten Preis zugänglich. Wir hören uns morgen wieder und sprechen, wie gesagt, über neue Narrative.